hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanlöse für nun montag den 29 nacht 2022 und unsere ampel mit dem pfeil nach oben vom freitag die ist einfach mal dezent abgebrannt also die hat ja so regelrecht zerlegt hinten raus muss man schon eher sagen also kam doch deutlicher spannung dann ja also ich glaube ab mittag ging es los dann ganz schön ganz schön das klopperei im dachs los man hat mal in kleineren zeiteinheiten dann schon wirklich krasse kerzen gesehen also wir hatten auch nach oben hin richtig fette konterkerzen wo man eigentlich sagen könnte okay jetzt mal aufpassen nicht dass er jetzt 300 punkte nach oben los rennt und dann wieder ausgekontert tiefer und dann hat man schon gesagt vorsicht wenn er da jetzt noch ein neues tief macht dann kann auch bis 13 35 dann war plötzlich auf 13 35 schon dann hat man gesagt also ich glaube so viele updates wie am freitag haben wir schon lange nicht mehr rausgehauen dann hat man unter 13.000 noch gesagt er kann auch dann heute noch auf 12 8 50 fallen und da war dann gewesen hat nach oben überhaupt nichts angenommen ja also wir hatten gestern ja auch in der analyse oder für den freitag für die analyse vom freitag hat man ja auch gesagt oben einfach noch nicht zu optimistisch sein das ist noch nicht so richtig raus hier der ist noch nicht so richtig wieder in positiver verfassung dass man dass man da auch übermütig werden darf auf der langen seite sondern sollte sich eher noch ein bisschen ein bisschen aufpassen weil eben auch deutlich wieder zurücksetzen kann dass das jetzt kommt habe ich hätte ich so noch nicht erwartet weil ich meine das szenario dass eine weitere abwärtswelle eintritt das ist immer da aber in der regel hat man immer eine schöne harmonie zwischen den bewegungswellen dann wäre das hier eine gewesen eine abwärtswelle halt mit fünf bewegungswellen oder fünf teilwellen nach unten dann eine erholung und da hätte ich halt gedacht kommt noch mal hier so ein abc und dann hier noch mal was nach oben und vielleicht dann nach unten oder eben oben raus dass er jetzt direkt schon am freitag nach unten rauslegt habe ich so jetzt nicht sage ich mal in der analyse vorgeben können da für mich tatsächlich eher das szenario runter an die 190 da relevant war das kam ja dann auch wir hatten ja gesagt dass er wenn er schwäche zeigt und eben nicht oben über die hochs raus kommt dass er dann wahrscheinlich geradewegs runter in die 190 geht und dort seine abc fertig macht man das was gerade versucht habe zu erklären und ja dann hat es aber und daraus zerlegt ja nicht wieder hochgetreten bekommen und richtig was unten weggetreten so jetzt immer auf nach 50 nach 50 800 die leute die und bei uns im premiumdienst sind die kennen die mails oder die die marken die zonen haben auch jetzt noch mal ein sonderwebinar mit eingeschoben das war unsere zielzone für den fall der fälle dass ihr oben abhaut hier oben hat man mails rumgeschickt auch hier unten bei 700 das dann noch mal bestätigt wo ich dann gesagt habe also für mich erstmal unter 900 jetzt so ein bisschen deckung ein bisschen füße hoch erstmal nichts mehr machen naja für die langseite ein bisschen bisschen gucken wo er erstmal hingeht weil im zweifel der halt auch echt abhauen kann da hat man dann gesagt dass man bis mit den positionen auch gucken muss nicht dass er dann abhaut weil das gegen ziel zur 12 9 6 oder 13 69 tatsächlich bei 12.800 bis 13.000 liegt so und das jetzt ja erreicht worden das hat man auch bei 13 700 einmal ich hätte nicht gedacht dass das spiel zu tief also das muss ich auch dazu sagen das ist nicht mein favorisiertes szenario gewesen was wir hier drin haben aber hat seinen raum halt genutzt das muss man ihm lassen hat jetzt einmal sich volle mürre durchgezogen und jetzt finde ich es interessant weil an sich ist es tatsächlich jetzt hier so auch um es weiß nicht was es sein wird wahrscheinlich für ein 61 jetzt zu schnell vielleicht ein 76er wie tracement hier in dem bereich wird es definitiv liegen braucht es jetzt nicht ziehen ich will es auch gar nicht ziehen dann guckt man immer nur so aufs niveau wenn es dann bei keine ahnung 97 liegt dann denken die leute da muss unbedingt die 97 kommen dann dreht er bei 800 wieder hoch und hinten haus heißt dann ja 76er hat gehalten dann sagt man lieber 76er liegt in dem bereich sollte man ein bisschen aufpassen für die reaktion aber eigentlich ist er zu schnell das muss man auch ganz dazu sagen also die einzige option die ich da jetzt tatsächlich sehe dass er hier eine drehung kriegt das wirklich einen frontalangriff direkt am montag gegenwehr volle pullereien aus dem bereich 850 ist okay der tag ist vollkommen okay wenn er jetzt vielleicht ein kleines abwärts gebringt und er startet das direkt kaputt also mal close das direkt zum start das ist ein exhausting als exhausting gehabt gewertet werden kann und er geht dann in die erholung rein und dann hätte glaube ich gute karten sich zu erholen ansonsten bin ich da wirklich jetzt ja dass ich sage also da muss man zunehmend auffassen dass er nicht tiefer kommt halt na also mit jedem weiteren tief was er schlägt macht sich nach unten mehr frei und das können im zweifel auch neue jahrstiefs dann werden halt na also da hört er dem markt nicht da unten auf wir könnten gucken gleich noch mal ein tag ist schattend rein aber wenn da wenn der jetzt hier kein konter bringt dann aufpassen was auch passieren kann dass er sich das versucht anzukontern und er läuft dann in den bereich um 1350 bis 13130 rein und dreht sich von dort dann wieder hart nach unten weg wenn das kommt und er macht danach neue tiefs werden das einfach nur eine trendbestätigung des abwärts trends ihr seid hier oben seit 1369 auch das kann zu weiteren tiefs führen weitere tiefs unterhalb von 12800 wären dann hier tatsächlich im bereich 665 600 die alte 500 hier bis runter an die wo waren das letzte tief 370 oder so was 385 und dann können wir jetzt hier auch in taggeschart gucken und sehen dann wo das ganze auch noch hingehen kann denn da unten ist viel 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 platz haben wir haben auch ganz ganz alte gaps also so alt sind die gar nicht das stimmt gar nicht die sind erst zwei jahre alt aus dem corona märz bei 8800 und 9500 da liegen auch noch gaps die würde ich jetzt hier noch nicht antraten wollen dass da geht noch viel viel hin und her ins land bevor man sowas hat aber dass man sich einfach auch vor augen hält wenn er richtig abhaut und richtig weg reist dass einem das im zweifel auch nicht hilft wenn man die stops einfach nur weiter nach unten schiebt hat da sollte man sich immer im klaren sein da unten sind noch ziele offen die werden irgendwann mal zum tragen kommen und das depot sollte stets so eingestellt sein dass es eben nicht im worst case mal komplett an die wand klatscht ja so sollte jeder trade so von daher wenn weitere tiefs kommen ruhig nach unten noch ein bisschen orientieren dieser doppel boden dürfte dann wahrscheinlich nicht mehr halten würde dann eher durchgeben rein in die 12.000 12.000 ist ja gar nicht so ein wichtiger posten dann das wird dann erst wieder ab 11.600 richtig interessant wenn uns die bastion hier weg bricht ja also wenn er wirklich hier unten durch macht ich sag mal im zweifel erlaubt wäre die linie hier noch kurz anzutippen und dann wieder hoch aber jetzt zum dritten mal eine 12 500 dann wäre das auch nur ein fallendes dreieck dann wird er von hier auch nur noch mal hier hoch und dann wahrscheinlich unten raus also ich glaube eins ist das was ihm so richtig bleibt wäre wirklich frontal frontal konnte freitagskerzen rausnehmen und dann kriegt er ruhe rein dann kann er sich dann kann er sich wieder ein bisschen zurückkleckern aber dann muss eigentlich montag dienstag muss da jetzt gegenwehr spürbare gegenwehr kommen so wie wir das hier immer hatten wir hatten auch richtige grätscher kerzen unten aus dem tagesband raus wo man dachte okay jetzt rennt da aber richtig los wo man wirklich dachte katastrophe auch hier immer wieder so eine richtigen schläger kerzen unten raus und am nächsten tag ging es dann erst mal wieder zurück und dann ein bisschen korrektur zur seite geschieben und zurück also auch egal wo man sich diese grätscher kerzen anguckt hier da gab es eigentlich immer gegenwehr aber es ist keine garantie dass der jetzt hier hier keine garantie dass das jetzt tatsächlich kommen wird das heißt ich würde mindestens mal x3 start abwarten und gucken wie bewegt er sich danach dann so in den stunden und dann für den tag ein bisschen die tendenz wegnehmen weil ich sag mal wenn ein abwärts geht kommt und der lässt das im zweifel sogar offen stehen so wie hier dann baut sich der druck ja nur noch weiter auf dann kann sogar die kerze noch länger werden als das was hier jetzt war dann können wir noch eine längere kerze kriegen wie die vom freitag dann am montag hinterher das wäre dann nur eine trendbeschleunigung in trendrichtung auch das ist charttechnisch standard pattern also ein standardablauf eigentlich ja und das wird man das kann das kann man erst abwerten oder es kann man erst werten wenn man sich wirklich die ersten zwei handelsstunden im dax dann mal angeguckt hat also 8 bis 9 und 9 bis 10 uhr und dann dürfte man sehr gutes gefühl schon kriegen können wohin er geht könnte man sich vielleicht auch das davor dann ersparen gibt man halt mal nichts auf die ersten punkte die man schon dabei ist und hat dafür dann eher mehr eine bessere tendenz also fängt er an zu drehen zum zum montag jeder direkt wirklich aggressiv auf der langen seite auch rein sehen wir schöne grüne kerzen viele grüne kerzen gar nicht so viel rotes dann 13 50 bis 13 1 30 das wird noch mal knackpunkt sollte der drüber ballern oder vielleicht per stärkeren aufwärtsgep reinkommen und sich direkt schon durch die 1 30 drücken früh am morgen dann sind auch 3 50 dann ist ein direktes auskommen an der kerze auch nicht verboten das gibt es auch kommt auch öfter mal vor bleibt unten oder dreht sich bei 1 30 wieder auf neue tiefs dann ruhig boten einplanen 12500 rum und könnte jemand noch nicht aber das ja man kann ja so viele sachen ziehen aber das ist alles theorie blabla und in der praxis rennt er einfach durch und da ist es drauf geschissen eigentlich ja also 670 hier so dass wir noch mal eine idee für so ein bisschen überraschungsspaß und da ist manchmal macht er einfach so fiese geschichten die man erst hinterher sieht so was hier ist so ganz ganz klassisch halten weil der aufwärtstrend seit hier ja eigentlich über die linie gezogen wird die meisten ziehen ihn hier was so nicht richtig wird und deswegen läuft der dax dann gerne mal so eine linie an und geht dann auch voll in der gegenwehren den konter aber das ja das sind auch eher so weiß ich nicht ich zeig's euch mit weiß eine mögliche option ist aber gibt da nicht so viel drauf solltet ihr aber beispielsweise 9 uhr reingucken und ihr seht er hat jetzt ein tief auf 670 und ballert eine grüne stundenkerze nach oben ja dann könnte man vielleicht doch probieren zu sagen okay dann geht er jetzt doch auf die 1 30 in kontern probiere ich von dorthin lang ja sowas ist legitim ansonsten alles was da drunter geht dann 12.500 12 3 85 12 3 40 und tiefer halten 12.000 11.800 11.600 11.430 ist dann alles wieder drin ja von der ersten zwei stunden bisschen angucken gefühl für holen wie die wie ist der markt so drauf rücklaufziele haben wir unten bewegungsziele haben wir noch wichtigen bereich haben wir hier 850 bis 800 super wichtig dann die 670 halt 665 670 wichtig ja das ist es mehr kann ich euch nicht mitgeben also wünsche euch viel erfolg gutes gelegen passt auf euch auf bleibt vernünftig wem werden nicht gut unterwegs ist eher tempo rausnehmen nicht mehr einsatz nicht mehr gas nicht mehr trades das hilft nicht ja tempo raus wenn der markt wieder so läuft wie das haben wollt so läuft wie euch das in die karten spielt dann wieder anfangen in die einsätze reinzugehen ansonsten vertudelt man nur überproportional viel kohle in den momenten wo es für einen eben gerade nicht gut läuft und das ist nicht trading das ist privatanleger verhalten und das gehört ihr offene auf eine mache ich nicht mehr china gut ich wünsche euch was schönes wochenende noch tschüss